moin zusammen heute habe ich eine folge mit dem oni die war eine zuschauer request von tenji und ich spiele auf oni ganz gerne mal den park madgrid weil leute denken sie können nicht blocken es gibt ein paar killer wo sehr viele survivor denken sie können dich blocken weil du deine bestimmte fähigkeit nicht verloren hast oder deine bestimmte fähigkeit verloren hast verzeihung dazu gehören zum beispiel eben der oni oder auch onryu oder auch legion und wenn du mit denen spielst dann zerstörst du leben so auch wir hier heute in diesem sinne viel spaß mit der folge dass kein leichter fünf sterne erkennt das spaß bis denn okay dass ihnen noch starten können wir spiel um aslexa ist gone to bed now um if you are an english-speaking viewer please let me know that you're here so is bestable comment in english as well um otherwise i will just switch back to completely for now um nee aber oni ist nice was kriegen wir hin kuchen bloody party streamer nice fred from flan survivor pudding nice das heißt wir kriegen wenn wir gut spielen einen haufen blutpunkte raus 300% ist schon eine ganze menge spring wird holly shit spring wird es anders wird das problem ist spring wird hat fünf karten wie die ersten biome alle zusammen und 1 3 und 5 sind bisschen mehr survivor seite und 2 und 4 sind bisschen mehr killer seite oh come on ich bin hängen geblieben also ich bin wieder twitch die vorlage dabei cool nope nope Wo ist er denn hin? F***ing Baugerüste Ich verschwende zu viel Zeit Weißt du, was ich jetzt so leute, wie ich mich hier gerade nicht verstehe? Das hier Und dass sie bereit sind, Paletten, die sie nicht brauchen, aufzugeben Damit sie halt irgendwie so ein bisschen Vorteil rauskriegen Er hätte schon viel weiter laufen können Habe das nicht getan Wieder Die Palette war komplett für die Fische Alles, was er damit tut, ist mir, 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 mir Blut geben Blut für den Blutgott und so, ne? Hat er ganz toll funktionieren für dich Was? Das muss mir jemand erklären Das habe ich nicht verstanden Was? 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sehr gut Gut WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Denkst du wirklich Nur weil ich blind bin Hör ich dich nicht mehr oder was Rediert GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Das hab ich auch noch nie gesehen Doch hab ich schon, aber selten Wie schnell wird der denn geheilt im Gottes willen Na was, das wäre großer War es das wirklich wert Da ist nicht lieber noch 15 Sekunden warten können Gute Idee Gute Idee, richtig gute Idee Ja Blockt mich alle Blockt mich alle Hier kostet ihr nur Zeit damit Das ist gut Das ist gut Madgrid ist so dumm Ah, schön Ah, ein Traum Absoluter Traum Das ist gut Was? Der war heilig, der hatte keinen Dead Hard. Alter Verwalter. Und noch drei Spalter. Not bad, not bad. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das noch so hinkriegen. Das war nicht vorbei, ne? Wir haben immer noch No Way Out und wir haben immer noch, äh... Oh, shit. Wir haben immer noch No Way Out, genau. Oh, wie Madgrid die absolut zerfetzt hat. Das war so schön gerade. Nee, sorry. Ihr wart mal zu hart vorhin. Wenn einer Hashkick kann ich das verkraften, aber zwei kommen wir nicht. Da liegt noch mit diesen drei Fähigkeiten rum, ne? Oh, wow. Hatsch. Maybe, please. Okay. Damit auf verdient. Ich kann das wollen. Schaut jemand zurück, schade. Kannst du wahrscheinlich nicht, oder? Nein, nein. Schade, schade, schade. Weil ich jetzt echt keine Meinung gehört über Madgrid. Ich hoffe, du bist zufrieden mit der Runde, Tenji. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.